Ja, wir können gerade wirklich nicht viel machen, außer warten darauf, dass der fertig gebrannt hat. Aber immerhin, bis da vorne hin ist jetzt unsers. Wenn ich hier mal den Rest leer kriege. How auch immer ich das machen will. Aber noch ein paar Stöcker ohne Ende. Und, ah ja genau, Fackeln sollte ich vielleicht mal langsam irgendwie bauen. Aber erstmal sollte ich hier mich bemühen, den Kram leer zu kriegen. Weil hier drin spawnende Viecher brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Ist noch nicht optimal, aber am Anfang. Ich bin gerade in so einem Modus, äh, in so einer Laune. Ich könnte ja mal nachfragen, was denn die Leute für Let's Plays wollen. Aber ich könnte mir denken, was da die Antworten sind. Ey, mach mal wieder Contents of Champions. Oder irgendwas anderes, was saulange dauert. Mal abgesehen davon, habe ich gerade sowieso viel zu viel zu tun. Von daher lassen wir die Frage einfach mal, weil wir schlau sind. Ach du Scheiße. Die 4 Stunden Marke haben wir schon übergangen bei der Aufnahme. Wir gehen jetzt so langsam auf die 5 zu. Oh, und ich habe doch ein Hemd. Wow. Voll ausgerüstet. Ich glaube, ich muss mal hier auf dem Boden ein paar platzieren. Oder? Ja, doch. Damit das hier am Boden mal weniger wird. Da hinten scheint ja schon ganz gut zu kommen jetzt mittlerweile. Aber ansonsten, äh. Wißt du, so könnte ich auch verhindern, dass hier Viecher spawnen. Einfach alles mit Wasser pflastern. So, während du da brennst, mache ich dir schon mal oben ein bisschen was weg. Okay. Oh, so weit sind wir schon. Okay. Und noch läuft es nirgendwo aus. Ist doch schon mal gut. So, was habe ich gerade gesagt? Auf dem Boden will ich was haben. Einmal Boden. Und zweimal Boden. Dreimal Boden. Klappt bis hierhin ganz gut. Markieren wir uns das mal. So. Kann man bis hierhin abbauen. Ach, scheiße. Hier ist ja auch noch was. Wieso ist hier noch was? Weil Wasser. Na warte, das hole ich gleich raus und dann baue ich hier ab. Ding, 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 ding. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haben sie einen Edge of Empires 2 Easter Egg eingebaut in Version 11. Super. Weiß gar nicht, ob hier irgendwo ein Changelove drin stand, aber in irgendeinem Secret-Zeugs-Video stand das drin. Eine Menge Sachen, die man weiß, aber es ist, oh, 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 war super. Das war dann wahrscheinlich so eine Notiz, wo ich mir einen Chain-Stock angucke und mir denke, was? Verstehe ich nicht. Zu Recht. Nein! Wassereinbruch, Wassereinbruch. Kein Ding, haben wir gleich weg. Mitkommen. Kein Bock mehr, so weit zu laufen. Mittlerweile lässt die Feinmotorik nach, habe ich so den Eindruck. Okay. Äh, Schwamm? Schwamm. So, trockengelegt. Trockengelegt. Ja, wahrscheinlich nicht ganz trockengelegt. Doch. Wir haben's. Yeah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um mal so ein paar... ...Freuden-Emotionen zu simulieren. ... ... ... ... ... One Piece, wer sich gerade fragt, was das darstellen sollte. So, what is the next step in our Reise? Den Rest des Arms machen, ist klar, aber wie? Wie werden wir zum Man of Arms? Uch, da oben läuft's ja durch. Das ist jetzt nicht so ganz das, was ich mir dabei gedacht hatte. Erwähnt ich schon mal, dass hier arschdunkel ist? Und keine Fackeln mehr habe? Gib mal Kohle, gib mal Kohle, so. Fackeln gingen in etwa so. 24 ist noch nicht so ganz das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Gib mal auch meinen Rest, so. Gut is. Haben wir wieder Fackeln? Wir haben wieder Fackeln. 12 und so weiter. Also hier so. Da so. Gut. Ähm. Wie viele Tintenbrötel ich mittlerweile eingesammelt habe? Droppen die Typen das auch, oder ist das wirklich von irgendwelchen anderen Viechern, die sie hier drin killen? Wenn du mal dran zurückerinnerst dich, wie das hier am Anfang der Aufnahme aussah? Krass. schon gut weit gekommen. Wobei, wenn wir uns genau nehmen, habe ich einen Raum geschaut. Hast du das gerade gehört? Hat das noch wer außer mir gehört? Hat das gerade gemacht? So wie Enderman? Nicht, dass ich mir hier wieder die Bude zubaue mit irgendwelchen Spam-Blöcken. Ist nicht. Ich mache das hier gerade alles wasserfrei. Da kannst du nicht gleich wieder irgendwie Sand reinschaufeln. Also doch, kannst du ja. Wobei, mach mal. Ja, wieder Illuminati-Fisch. Ich sollte dieses Gebiet hier vielleicht erst mal absperren. Ist wahrscheinlich besser so. Ich sag mal, scheiße. Nee, warte, weißt du, bringt nix, bringt nix, bringt nix. Wir machen das anders. So wie eben auch. Ich schwimme hier rein und sag, nix ist. Weil ich jetzt hier ewig anfange noch irgendwie rumzubauen, ist nicht. So, wenn ich mir eventuell baue, so ein Podest, dann kann ich von hier oben reingucken und sagen, haha, Idiot. Und dann ist gut. Na ihr? Ich komm jetzt rüber, ne? Also rein. Einspruch hätten sie im Galaktischen Ministerium eins erreichen können. Weiß zwar nicht mehr welche Abteilung, aber es gibt da irgendwo eine im Keller. Da lagen die Papiere aus. Ach, kommt Leute, da ist doch gar nix mehr. Geht auf, schwimmt woanders hin. So, Rüstung im Arsch. Meinst du, ich seh das nicht, oder wie? Ähm, fack, 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 fack. Es ist ein Inderman. Ich höre ein Inderman. Und da ist noch ne Stelle frei. Trauen sich hier echt mittlerweile Inderman Männer hin. Ich glaub's ja nicht. Skelette höre ich auch. So, jetzt muss ich mal die Schwämme abbauen. Das stell ich gerade fest, weil ich räume mich schon wieder auf, ohne dass ich überhaupt mein Grundmaterial habe. Jetzt vielleicht nicht um die Ecke bauen sollen, aber die Ecke gehört sowieso bald uns, von daher ist das egal. So, jetzt ist das egal. So, jetzt ist das egal. Nein, ich weiß noch nicht so richtig, was ich hiermit bezwecken will, aber ich tue es trotzdem. Wahrscheinlich versuche ich mir den Arm weiter nach vorne zu erobern, bis die Schwämme trocken sind. Ich hätte ja gerade auch, für so einen Moment hatte ich da Paras. Ich weiß gar nicht, woher. Hallo. Ich komm nur meine Fackel holen. Ach du Scheiße. Und die hab ich jetzt mit mir eingesperrt. Super. Geniale Idee. Cool. I like. Oder auch nicht so. Ich hab mir extra Schippen gebaut, benutze sie, Junge. Benutze sie. So, siehste, schon müssen wir nicht mehr ständig um die Ecke rennen. Also doch, müssen wir immer noch, aber egal. verschwinden sie. Dies ist mein Gebiet. Also jetzt. Gleich, bald, warte. Jetzt. Ich hoffe nur, es kommt keiner der Pisser auf die Idee, jetzt hier irgendwie zu entkommen. So, ich packe mal gleich das Ding weg. Aha. So ein bisschen wie Tetris gerade. Nur so ein bisschen, weil wir machen ja nicht wirklich hier Blöcke rein, die sich selbst vernichten, aber wir bauen immerhin so, dass das nachrutscht, wie es nachrutschen soll. Das ist mein Arm. Der macht mich ein bisschen fettig. Woher? Warum? Wo ging er hin? Was will er eigentlich? Das ist mein Arm. Du Armleuchter. Ihr beide. Raus aus meinem Haus. Der da hinten will fühlen. Ich merke schon. Ich merke schon. Sollte nicht so doof sein, mir regelmäßig einen Fluchtweg abzuschneiden, ich Idiot. Halt. Jetzt gewittert das auch noch draußen. Hatten wir schon mal ein Gewitter im Let's Play? Jetzt haben wir eins. Und es ist überhaupt nicht laut. Ich höre gar nichts mehr. Die Musik nicht, die Gegner nicht, gar nichts. Wer auch immer dieses Ressourcenpaket erstellt hat, hat sich echt Mühe mit den Sounds gegeben. Mann, war der fleißig. So lautes Gewitter. Cool. Ich glaube, ich schweige einfach, bis es vorbei ist. Aber warte mal, ich glaube, Gewitter dauern in Minecraft einen Tag. Von daher, lieber doch nicht. Das wäre aber auf jeden Fall die schlauere Entscheidung, als gegen den Scheiß ansprechen zu wollen. Sprach der Typ, der hier gerade versucht, so einen dummen Wassertempel trocken zu legen, ohne genug Schwämme zu haben, gerade von... Äh. Nee. Oh. Ist nicht. Ich will meinen Schwamm haben. Könnt alles haben, aber nicht meinen Schwamm. Gutes Ozeanmonument könnt ihr auch nicht haben, aber... Ansonsten. Nö, nö. Wenn es mein Leben kostet, was es nicht wird, weil ich schlauer bin als ihr. Scheiße. Shit, 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 shit. So. Da ist er. Säulenring. Los, du Penner. Der schien jetzt irgendwie nicht so auf der Höhe zu sein, wenn er schon so schnell kaputt ist. Frage ist, warum. So. Ich muss aufpassen, wie ich esse. Weil wenn ich falsch esse, dann esse ich gegen die Wand. Wenn ich gegen die Wand esse, dann ist da wieder eine Fackel, die ich gar nicht da haben wollte. Oh, hallo. Du hast noch eine Chance zu fliehen. Chance vorbei, würde ich meinen. Shit. Einen Schwamm hab ich noch, ne? Und sie sind zu dritt. Ich wünsche dir ein Wien. Nichts, ich bin nennischt. Ich wünsche dir eineejme, ich glaube, ich werde das zusammenhalten. Okay. Erwähnte ist schon mal die Lautstärke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020